Die Lieblingsart in Basel ist der Zolli. Nein, Mati! Fleisch! Giraffe! Dort schwimmt eine! Im Museum in Asturistorischem schaue ich die Dinos an. Boah! Auch eine kleine Kreise! Wir finden es toll, dass wir in der Papiermüll nicht so viele Sachen machen können. Wir fahren immer wieder auf der Fähre. Und im Tag im Museum finde ich die Maschinen so cool, die man so nicht mehr draufdrücken kann und dann gehen sie so laufen. Schlipp, Mati! Ich bin der Mati, ich bin acht Jahre alt. Ich bin klein und ich bin fünfeinhalb. Für uns ist Basel, jeden Tag etwas Neues zu erleben. In Allstem im Museum In Allstem im Museum www.nlmcm unitn.inl Die Lieblingsart in Aslan